Also wie im letzten Jahr ist dieses Jahr auch wieder eine Blockade der Produktionsstätte geplant. In den frühen Morgenstunden wollen wir losziehen, werden wir losziehen vom Camp und die Produktion lahmlegen. Wir werden mit möglichst vielen hunderten Menschen losziehen und an verschiedenen Orten halt die Blockade machen und alle sind herzlich eingeladen. Das ist eine Massenaktion, die so konzipiert ist, dass tatsächlich alle partizipieren können. Das Aktionsplenum findet um 19 Uhr statt nach dem Abendessen am Donnerstagabend und alle, die an der Blockade partizipieren wollen, mitmachen wollen bei der Blockade, sind halt aufgefordert oder eingeladen, an diesem Plenum teilzunehmen. Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann hoffen wir, dass wir euch da sehen. Oder dass ihr noch eure Freunde mobilisiert habt. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.